Die nächste Komposition stammt von Martin und vielleicht magst du ein paar Worte zu deinem Stück selbst sagen. Sehr gerne, das Stück trägt den Titel Don't You Dare to Touch It. Also auf Deutsch fassen Sie das bloß nicht an. Das ist ein Filmzitat aus einem Stanley Kubrick Film, A Clockwork Orange. Das ist auch ein sehr verrückter Film. Der stellt vielleicht filmisch dar, was der Gegenwunschtraum von Tobias geträumt hat. Das hat Stanley Kubrick auf die Leinwand gebracht. Don't You Dare to Touch It. Das ist auch ein sehr verrückter Film. Das ist auch ein controlares Поstunden. Das ist auch ein sehr verrückter Film. Musik 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 Applaus Applaus